Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab November 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Neuss. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 41 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 680 Euro. Falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder via Internet. ! Unser Name ...